So, hier das ist die Rezeption vom Turox Beach Resort. Das Superschöne ist, also hier ist es zwar überdacht, aber das Tolle ist, man hat wirklich einen Ausblick hier auf eine Grünanlage. Das ist echt der absolute Knaller. Hier seht ihr dann eins der Spezialitäten-Restaurants. Das ist jetzt das indische Restaurant. Hier drüben, da werde ich euch dann auch noch ein paar mehr von zeigen. Und hier drüben ist dann nochmal kleine Wartebereiche und ein paar Geschäfte zum Shoppen auch.